Bei einem Moment der Unaufmerksamkeit wird er dich wie ein Ringer den anderen auf den Boden werfen und dir den giftigen Staub in geballter Ladung in deine Lungen pressen. Sieben Nächte, die ich völlig wach bin, ohne ein einziges Mal zu schlafen in diesem Zimmer verbracht habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was schlaf ist.